moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen episode hier auf meinem kanal dadle buddy mit ich muss mal drehen super mario party für die nintendo switch mit einem neuen minispiel hier meinem extreme short episoden format wie die spiele mit mini episoden leute es geht los ich mache mich mal klein ach so wenn es euch gefällt daumen hoch nicht vergessen abonnieren wichtig und zack und zack heute im programm steht dass die fischfütterung ja die letzte episode die ich gemacht habe die war jetzt nicht so er von erfolg gekrönt bin ich ehrlich aha bälle die offenen länder werfen wir müssen das machen ich muss sie beide l was l und er gedrückt halten ist leichter schwung ich habe es gar nicht ach so ich konnte gar nicht üben da oben l und er gedrückt oh shit ja 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 komm schnell wir freuen shit ja nein ja da oben muss er rein und wie sieht's aus oh gar nicht so schlecht 49 mega leute das war aber mega short episode mega short ja leute was soll ich sagen das war richtig gut fischfütterung wenn es einmal läuft dann läuft es auch ne zack und zack leute ich danke euch fürs reinschauen ich danke fürs interesse an super mario party ich meine mir ist egal ich habe das spiel nicht gemacht aber auf jeden fall an meinem kanal und wenn es euch gefällt lasst auf jeden fall einen daumen oben da abonniert meinen kanal damit ihr auch zukünftig nichts verpasst und ich freue mich auf euch wenn es demnächst am 17.10. losgeht mit mario party super mario party jambory leute haut rein bis zum nächsten mal euer dadle buddy tschüssi tschüssi